hallo und herzlich willkommen zur ersten folge ice the horror game ich wollte es ja schon mal spielen aber es hat ja nicht geklappt deswegen spielen wir es heute und im spiel geht es darum du bist halt in so einem verlassenen haus und du musst halt geldsecker einsammeln und da schwebt halt irgend so ein komisches vier rum und das darf ich halt nicht fangen also ich bin einfach jetzt mal ich hab's halt schon auf dem handy gespielt ja 20 stück waren das ok alter ja das ist schon viel bessere qualität als auf dem handy warte mal ich muss erst mal ein bisschen klarkommen ich hab das schon lange nicht mehr gespielt 1920 haben wir schon ihr könnt aber auf dem handy gucken das ist ziemlich krass ja ok oh jetzt hier muss der schlüssel hängen ok ich bin ich das ist ein kopf werde ich eigentlich verfolgt muss aber erst mal gucken ja das ist jetzt ist übelst krass ich weiß nicht wo er ist ja ok er kommt ja da hört man ihn schon dann müsste es eigentlich hier vor mir sein wo ist er ok er müsste wieder weg sein ich werde dir noch oft genug sehen alter das ist ja hier kann ich alles klar ah ja ja hier ist ein auge so sehe ich wo das hier ist ja das ist jetzt gerade hier da kommt ich werde ihn aber auch erstmal gerne sehen ob der auch genauso aussieht wie auf dem handy jetzt müsste er wieder kommen da kann ich jetzt auch mal hier rein ich glaube hier geht es viel sogar auch rein scheiße kann ich nicht hier hoch irgendwo habe ich das mal gesehen dass es klappt und dann kann das dich nicht fangen sieht aber nicht so aus wie viele gäste gab ich schon 25 ein viertel habe ich geschafft dass noch einer 6 auf dem handy kannst du auch nicht hüpfen alter ist aber auch ein schönes aus eigentlich wo ist das viel alter das ist aber ziemlich schnell ich glaube das teil kommt auch gerade hoch da kommt er wiederum packt ist es jetzt oben oder unten muss ich hier noch mal kurz rein das ist nur da reingeht dann kann ich mich entweder nach oben oder nach unten ok jetzt geht er wieder nach dahinten jetzt geht er wahrscheinlich hoch guck mal wie das teil darum packt hier oben sind wir erst mal safe hier ja hier habe ich das ist ein secret alter ich habe ich gerade voll erstreckt als ich jetzt aus wo ist es da da kommt es gerade jetzt gehen wir nach hier rein kann ich das bitte aus machen alter jetzt hatte schlüssel für den keller das teil kommt hier ja nicht rein sie konnten wir achten ok 9 was die helfe Auge Noch ein Auge Drei Augen hab ich schon Boah, fick dich Alter, what the fuck, geht hier ab Vier Augen Hier rein kommt das Vieh aber auch, das weiß ich Drei Säcke, what the fuck, geht hier ab Hier ist irgendwie so ein Ritualteil, ist ja auch geil Was kann ich, oh, gar nicht, ich kann eben irgendwie, ah, okay Doi Hä? Ah, das glaube ich ist eine geile Kerze, würde ich auch Nein Jo, das Teile kommt gerade hoch Hier reinkommt es aber nicht Das weiß ich Also das hoffe ich Ähm Jetzt ist es wieder im Keller Junge, wieso ist das denn so schnell? Ja Jetzt muss ich mich beeilen Ähm Ich muss zu kurz weg Bin jetzt aber auch wieder da Ist glaube ich auch da Wo ist es? Wahrscheinlich Oh, fick dich Ja, okay Das soll normal sein Alter, okay Egal, dann war's Das ist mit der ersten Folge Mal schauen, wie es ankommt Sorry, dass gestern die Zug kamen Mir war zu schlecht Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin, haut rein Bis dahin, haut rein Bis dahin, haut rein Vielen Dank.